Und damit würde ich sagen, starten wir mit euren Fragen. Wir fangen an mit Steffen Rohr für den Kicker. Ja, hallo zusammen. Eine Frage an Paul Dardai. Es geht am Freitag nach Paderborn wieder gegen einen Tabellennachbarn. Welche Art von Spiel erwartest du, Paul? Welche Art von Fußball hat der Gegner? Und hat Paderborn nach dem Abgang von Florent Muslia im Januar seine Spielweise in irgendeiner Form verändert? Also Stefan, du hast geschrieben, dass Hertha BSC kein Konzept hat. Und so lange, dass du so siehst, würde ich dann bitte die nächste Frage. Dankeschön. Steffen Rohr für den Kicker, bitte. Ich würde gerne meinen Job machen, Paul. Ich versuche es nochmal. Steffen, stell ruhig deine Frage. Vielleicht kann Fabi Rehse sie auch beantworten. Nicht mehr. Dann vielen Dank an euch. Vielen Dank für eure Fragen. Danke auch an dich, Fabi. Wir sehen uns am Freitag um 18.30 Uhr in Paderborn. Ha ho he. Danke. 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 Vielen Dank.